So, einmal in der Woche wird gründlich gereinigt, was so gekotet ist, wird abgewaschen, wird sauber gemacht, dass das alles wieder schön sauber ist. Das ist die nicht so schöne Arbeit der Vogelsucht, das gehört aber dazu. Es ist sehr wichtig für das Boden finden und die Gesundheit der Bögel. Einmal in Europa wird das erledigt, dann ist es wieder sauber. Da wollen immer keine Brille aus, aber ich gucke mal alles hier aus. Irgendwann verkehrt ist.